Was ist die Entzündung für die Entzündung? Cholizol, Zerhosa und Morbus Crohn unterscheiden sich im Verlauf vor allem im Hinblick auf die Komplikationen. Während ein Morbus Crohn, bei dem die Entzündung nicht im Griff ist, im Verlauf zum Auftreten von Komplikationen wie Engstellen, Stenosen führen kann, zudem können Fisteln auftreten, das bedeutet die Entzündung, die ja die gesamte Schleimhaut beim Morbus Crohn betrifft, frisst sich, übertrieben gesagt, zum benachbarten Organ, zum benachbarten Hohlogan durch, sodass wir Verbindungsgänge von einem Darm zum anderen, von einem Hohlogan zum anderen, wie zum Beispiel zur Haarenblase haben, im schlimmsten Fall zur Haut hin. Diese Fisteln und Engstellen sind typisch für den Morbus Crohn und treten bei der Cholizol, Zerhosa nicht auf. Und es können auch Abszesse entstehen und diese Abszesse sind sehr schmerzhaft. Das heißt, Schmerzen im Analbereich, bei Morbus Crohn, sind immer verdächtig auf Abszesse. Wenn Sie solche Schmerzen verspüren, dann suchen Sie Ihren behandelten Arzt auf und sprechen über die Probleme, dass er abklärt, ob eine Fistulierung, ob ein Abszess im perenalen Bereich aufgetreten ist. Während bei der Cholizol, Zerhosa, wir durch die Entzündung im Darm, durch die langjährige Entzündung im Darm, ein hohes Risiko haben, dass unsere Darmzellen dysplastisch werden, entarten und am Ende ein Dickdarmkrebs entstehen kann. Im Verlauf gibt es bei der Cholizol, Zerhosa noch eine Besonderheit, die akute, schwere Cholizol, Zerhosa. Und diese Form ist immer ein medizinischer Notfall. Das bedeutet, dass der Patient zu seinen blutigen Stühlen Zeichen der systemischen Entzündung, wie Fieber, wie Abfall, ein Abfall des Blutdrucks, ein Anstieg der Herzfrequenz, ein Herzrasen entwickelt. Also ein Zeichen einer systemischen Entzündungsreaktion, eine Entzündungsreaktion, die den ganzen Körper betrifft. In diesem Fall muss der Patient ins Krankenhaus, er muss stationär aufgenommen werden, da diese Erkrankung unbehandelterweise in etwa 30 Prozent der Fälle zum Tod führen kann. Hier ist wie gesagt Gefahr in Verzug. Der Patient muss sofort mit Cortison intravenös behandelt werden, um diese Entzündung in den Griff zu bekommen. Auch mit dem Chirurgen muss man hier in engen Kontakt sein, denn wenn man diese Entzündung mit Medikamenten nicht innerhalb kurzer Zeit in den Griff bekommt, muss der Chirurg den Dickdarm entfernen. Diese akute, schwere Ergangung oder dieser akute, schwere Schub tritt nur bei der Cholizol, Zerhosa auf und ist eine Sonderform, eine gefährliche Sonderform, die Gott sei Dank sehr selten auftritt, aber bei der Cholizol, Zerhosa auftreten kann. Wie können Sie, wenn Sie an Morvus Crohn leiden, solche Komplikationen wie Darmstenosen, Darmengstellen oder Fisteln verhindern? Die effektivste Methode, um eine Fistulierung oder eine Darmstenose zu verhindern, ist die Entzündungsreaktion im Darm in den Griff zu bekommen. Das heißt, Sie müssen regelmäßig zu Ihrem Arzt gehen, auch wenn Sie beschwerdefrei sind, um herauszufinden, ist eine Entzündung im Darm vorhanden? Und wenn eine Entzündung ist, müssen wir eine adäquate, anti-entzündliche Therapie einleiten, um diese Entzündung in den Griff zu bekommen. Und hier gibt es eine schöne Studie, die gezeigt hat, dass wenn bei Patienten durch eine entzündungshemmende Therapie, durch eine Biologikatherapie die Entzündung abklingt, dann entwickelt kaum einer dieser Patienten eine Fistulierung, ist die Entzündung aber nicht im Griff, haben die Patienten über längere Zeit eine Entzündung, dann entwickeln 20 Prozent der Patienten eine Fistulierung. Komplikationen bei der Cholisolzerose sind natürlich geprägt durch die blutigen Durchfälle, die über einen konstanten Blutverlust dann zur Blutarmut und letztendlich auch zum Eisenmangel führen können. Einen Eisenmangel spüren Sie, wenn Sie abgeschlagen sind, wenn Sie müde sind, wenn Sie in der Früh kaum aus dem Bett rauskommen und Sie merken, Sie haben einen Leistungsknick, Sie können im Beruf zu Hause nicht mehr Ihr Bestes geben. Das wäre der Punkt, wo Sie zum Hausarzt oder zu Ihrem behandelten Arzt ins CD-Zentrum gehen sollten, und das Blut auf Blutarmut und Eisenmangel untersuchen sollten. Eine weitere Komplikation ist natürlich durch eine nicht beherrschte entzündliche Reaktion die Entartung, die Ausbildung eines kolorektalen Karzinomes. Eine weitere Komplikation ist nur eine Niste, mit einer in der Decke. Vielen Dank.